Komisch mit dem Messer geht das sofort So, hier speichere ich nochmal, falls ich es doch wieder verhaue Ha, ich hab's geschafft Da ist es, Hasten Der wartet schon auf uns Hallo Wenn die nicht immer so schnell wegrennen würden Das finde ich ja jetzt blöd Und dann noch die hier Find ich ja noch blöder Naja, noch mehr Irgendwie dachte ich, ich muss vielleicht hier lang Ne, gut, da geht's nicht lang Ja, nimm das Weg du Hm, was geht mit denen eigentlich Die hauen ja irgendwie immer zu ab Bäm Schon wieder so ne Pflanze Im echten hier kleines Pflanzenproblem Ich meine, wenn ich groß wäre, könnte ich die ja kaputt treten Aber dann würden die mir vielleicht immer in die Waden pieksen oder so Na, ist jetzt mal Schluss hier Hm Da ist es, Hasten Also, ne Doch, ich muss hier lang Oder Ach, Leute Hm Aber ich dachte, ich gehe erst mal hier hin Aber das ist ja auch so ein Sprungpilz Aber da komme ich ja von hier gar nicht ran Ja, hast du hier aber klar Ich bin hier auch schon Äh Na klar, hier war ich doch gerade Wie komme ich denn da hin? Ich muss mich hier runterfallen lassen So, also da hin Und dann Eventuell da drauf Aber da bin ich mir überhaupt nicht sicher Jo Ähm Vielleicht vorher nochmal speichern zu hören Bei solchen Spielen Speichere ich relativ häufig Weil ich es irgendwie häufig immer wieder verhaue Oder ich speichere dann eine ganze Weile nicht Und muss den ganzen blöden Weg wieder zurück Wofür sind denn die aber? Ich gehe mal hier lang Ne, hier geht es nicht lang Hm Aber wie komme ich denn da jetzt nach oben? So, von hier Ich kann ja nicht hochklettern Ich verstehe das nicht Ich muss da bestimmt irgendwie hoch springen Mal gucken Mal alles durchprobieren hier Das geht auch nicht Hier kann ich bloß das Bild verändern F Ah, mit F Oh Hätte das denn atmen können? Hm Achso, ich müsste aber vielleicht hier so Nee, das hat nicht geklappt Scheiße Und ich bin Wo bin ich? Achso, hier Ah ja Schon überlegt, ob ich hätte speichern sollen Aber habe ich ja anscheinend gut gemacht Gut mit Ja Gut, mit F ist das natürlich alles gar kein Problem Komme ich da hoch? Gerade so Aber Und dann Vielleicht erst mal das Die Grinzelkatze hat sich gar nicht wieder blicken lassen bis jetzt Die vermisse ich ja ein bisschen So, kommen wir denn da jetzt? Und macht das immer Macht Schaden Komm her, du Ja, mit einem Gewonnen hittet Hab ich ihn Oh, was war das? Ja, schon wieder Die machen tatsächlich so Nutschraubergeräusche Ich dachte, das wäre irgendwie von der Musik Aber war es nicht Ah, so komme ich auf die Pilze Und hier? Achso, nee Ach doch, hier bin ich rausgekommen Okay Bin wieder völlig verwirrt Irgendwas wollte ich vorhin nachgucken, glaube ich Oder machen Oder sagen Aber es ist schon wieder weg Fällt schon alles zusammen Ach, guck mal Da ist nochmal so ein blöder Pilz Hm Mann Leute Verarscht mich doch Oh, schade Und? Komme ich jetzt an das Vieh ran? Oder eher nicht so? Scheint nichts zu machen Schade Ja Ja, dann muss ich hier irgendwie rüberhüpfen Äh Kratten, ja Ich wollte sagen, gerade so, aber Hm Hm Gut Dann bin ich wieder hier Oh, jetzt hackt es aber irgendwie komisch Äh, hier bin ich falsch Nee, Moment War ich hier nicht richtig Ah, nee Ach, von hier bin ich gekommen Ich trottel Deswegen liegt das ja auch hier rum Na, aber hä? Ach, hier muss ich lang Hä, hier kam doch aber so ein Da ist der Käferkopf doch Hier, hast du ein Messer Boi Auch Mensch Blöde Pflanze Nee, nicht jetzt Weg Nee Bist ja immer blöder hier Ja, ganz darben Nochmal speichern Sicher und sicherheitshalber Haha Ich gehe mal davon aus, dass es hier weitergeht Äh, da lang Schätze ich mal Ah ja, nach oben Ich wäre sonst hier drüber gesprungen, aber ich glaube, da wäre ich wieder in den Tod gestürzt Mal wieder Boah Böde Käfer Machen wir aber auch ordentlichen Schaden Ich treffe nicht Na, jetzt aber Vorbei Jetzt Äh Naja Waren das nicht zwei? Hm Ich dachte, es wären zwei Hier plätschert das Wasser Weg mit dir Komm, schnell Weg mit dir Du auch weg Aggressive Pflanzen, ey Ähm Ja Verdammt Da habe ich ganz schön Energie verloren Und noch so einer Das musste ja sein Äh Das ist ja scheiße, was die hier mit mir machen Ja, bitteschön Hat er den jetzt mal erwischt Ja, erwischt Ja, hat er Ach Jetzt geht's ins Krautland Da rauchen sie alle Kraut Oder essen Sauerkraut Ich weiß immer gar nicht, was ich so bei den Ladebildschirmen erzählen soll Hier steht auch immer so wenig da Wie leise es hier ist Das gefällt mir gar nicht Die Raupe ist gleich hinter der Lichtung, Alice Heile ist jetzt wichtiger als Tarnung Boah Tritt nochmal richtig breit Alle, die ich liebe, sterben gewaltsam Ich bin verflucht Warum soll ich noch weitermachen? Keine Zeit für Selbstmitleid Meide diese Wilden und finde die Raupe Ja, da hat, ich würde sagen, der Hutmacher den Hasen gerade gemacht Ich meine, der Hase war auch echt klein und so Hm, da ging daneben Was ist mit der Brunner? Die sieht auch schon so hinterhältig aus Nee, ich glaube, da passiert nichts Was ist mit der Brunner?